Hey cool, wir werfen den Ball von Obama direkt mal von der Firma Sportcheck zur Firma Schibur und wünschen dem Ball eine gute Reise. Hallo, wir von Pixum wünschen dem Ball ebenfalls eine gute Reise und freuen uns, wenn viel Geld dazu zusammenkommt. Wir werden auch etwas spenden. Vielen Dank. Hallo, Micha Paskewitsch von der Red & Blue Game of München. Ich und wir hoffen, dass der Ball sein Ziel verfolgt und ins Tor treffen wird. Ich bin Timo Argen von der Firma Tracken. Ich wünsche diesem Ball alles Gute, einen sehr, sehr langen Weg, am Ende wirklich viele Spenden und wir werden mal schauen, ob wir den Weg des Balles tracken können. Wir sind Martin und Tim von Ebay und wir wünschen dem Ball alles Gute auf der Reise, dass er möglichst viele Spenden einträgt. Für Sao Chi Kuh, ein tolles Projekt. Klingt halt etwas, was, glaube ich, in ganz vielen Bereichen anwendbar ist. Meine fußballerischen Kenntnisse sind begrenzt, deshalb machen wir jetzt einfach trotzdem einmal. Der Tor war es. Auch von meiner Seite alles Gute für den Ball und für den Erfolg, den dieser Ball vielleicht erzeugen mag und für einen Erfolg des Gesamtprojekts. Hallo, ich bin Philipp Spätmann. Alive & Kicking steht auf dem Ball und das ist genau das, was ich auf dem Projekt von Frau Dr. Urbana wünsche. Und ich bin Ur-Thorstenberg-Van-Vasen und wünsche das auch und dem Ball eine gute Reise. Gut. Gut.